Äh! 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 Was weiß ich jetzt? 120? Mal beruhe, ob ich die alleine wegkriege. Äh! 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 Wollte ich eigentlich nie mit der Ablecke machen. Aber... Why not? Toll! 135! Uh! Iaa! Iaa! 146! auf dich. Ja, wir! Aaaaaaah! Okay, zwei Stunden. Ah, muss man. Ich glaube nicht, dass sie am Samstag kommen. Man muss aufnehmen, wie man solche Beine kriegt, ne? Durch Fahrrad fahren. Durch Sitzrad fahren. Willkommen im Powergym. Das war Fitness, Jim. Jetzt kommt Powergym. Das war's. 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 Ich bin froh. Wir sind jetzt so schön auf die Reihe, im Reihentraining. Ich glaube, Motons ist Bietz jetzt das Bus bei den meisten. Ja, jetzt kommen die wieder alle aus den Ferien. Da wird noch voll heute, pass auf.